Ok, haltet. Der muss... Alter. What? Wie? Nee. Schwierig. Niko? Ja? Geil. Nein, die fehlen sind fast schon platziert. Oh. Wollen wir hier auch nicht tun? Der Cola. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das hier geschickt machen. Den könnte man von der anderen Seite machen, weil der muss ja von ihm kommen. Nein, Kohle kann man nicht ändern. Kohle rum da, wo es reinkommt. Ja... Warte her, nehmt den Frauen. Es ist schwierig, die anzuschließen. Das ist so das Problem. Ich weiß echt nicht so recht wie. Oh. Leck? Ja, gespeichert. Ja. Du das am besten mal und dann vielleicht hast du... eine gute Idee. Dann könntest du euch jetzt fertig bauen, oder? Mhm. Ja, knapp. Ja, knapp. Ich kann da... Ich kann da... Kliff hier falsch. Das war oben doch nicht mal passieren. Ja. Dem hier läuft hier. Ja. Kann ich machen. Ohne ab. Okay. Äh, ne. Nicht okay, warte. Doppelklick. Ja. Max. Ähm. Wie mach ich so scheiße aus. Okay, der eine ist ein bisschen viel passiert. Ich mach' auch korrig'r. Hier... Ich glaube sogar und ich... Ich hab' schon ausrichtig zu machen. Es hab' ich keine nicht in dem Auto platzieren, wie der ist. Ich hab' da mit mir... Könntest du mir bitte sagen, auf welche Höhe der muss? So? Höher. Zu hoch. Zu hoch? Ja. Ja, perfekt. Okay. Ja, besser. Ich sehe es nicht wirklich. Könntest du bitte das Watt platzieren? Ja. Schau, verkau. Okay, nice. Könnte man nicht sogar... Was ist das Problem, was du noch hattest? Äh, warte, ganz kurz, ich will mal es probieren. Uh. Mhm. Äh. Metall. Was? Leider. Metallverwendung. Außenweise mal. Äh, aber es passt halt sowieso nicht von der, ähm, von der Höhe. Hm. Echt? Mist. Nee, passt nicht. Eiuu, so. Also, das... Also, das war alles so, dass man das hier drüber guckt, ne? Entweder guckst du drüber, oder die... Der ist passisch. Der Eingang ist zu weit unten. Hm. Neulich. Spittisch. Neulich. Ja. Ähm. Also, das Problem... Also, hier würde ich sagen, kommt ja Caterium raus. Das heißt, das muss hier dran, das ist jetzt nicht das Problem. Oh, cool, da raus. Der erste Problem. Stimmt. Stimmt, äh, ja, okay, dann kommt hier Caterium. Ja, okay, stimmt. Caterium kommt hier rein. Von, letztendlich von der Wand, die ich in der Fenchmiss. Da würde ich einfach mal machen. Das heißt, das da müssen wir hier anschließen, den da müssen wir da anschließen, den irgendwo da oben und den auch irgendwo da oben. Das ist, äh, ja, ein bisschen schwierig. Das muss man mal vorüberlegen, sondern? Ja. Dann müssen wir halt die Frifte nochmal neu platzieren. Überdenkst. Also, der hier muss man mal was spannen. Der eine hier. Wenn das geringste geht, ist es mal ein bisschen. Ach, ja, klar, das ist das geringste Spiel. Ja, aber ich würde... Lass ihn einfach nach hier schauen. Ja, komm. Dann weg damit. Einmal umbauen. Ja, kannst du oben ansetzen. Dann umbauen. Um, um. Dann machst du wieder Probleme damit. Äh, nope. Ich kann nicht oben ansetzen. Ich kann den Hafen auch schon da spielen. Lieber mal sicher, äh, sicherheitshalber mal das Standpunkt platzieren. Das dürfte ich nicht anbieten. Das dürfte ich nicht anbieten. Warum denn du, du denn her? Nee, meine muss hier dran, Matze. Ja, ja. Das ist ja auch deiner. Das ist der Halter für da. Ich wollte dir auch schnell wissen. Gut. 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 Ich habe vergessen, dass dahinter noch andere ist. Da irgendwo? Da irgendwo? Ja. Da. Und da. Gell? Das ist hier, ist es das hier. Was? 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 Was genau. Ja, der hat ja wahrscheinlich bei der andere Lift. Im Weg. Was habe ich gerade? Ups. Nein. Äh. Was habe ich gerade? Na. Ich glaube, ich war auf Englisch gerade geändert, die Tastensprache. Äh. Nice. Was genau. Gut aufgemessen. Ja. Nur im Plan. Danke. So. Ah. Glück gehabt. Ja. Das ist korrekt. Das wäre mir im Arsch gewesen. Oh, ja. Warte, Nico. Ich wollte den platzieren. Ich denke, dass wir hier durch dieses Loch hier noch zwei Fließmänner durchbekommen müssen. Ja. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Alles links und das Rest vorbei könnte man machen. Das rechte dann. Direkt. Vielleicht nicht laufen. Achso. Du hast ihn. Du hast den Weg. Hä? Geht immer noch nicht. Äh. Mal recht ducken. Ja. Einmal zieht drauf. Die könnte man links machen. Links rum quasi. Und der andere rechts rum. Und dann den vorbei. Oben lang. Ja. Okay. Ja. Ja. Äh. Hm. 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 Oh Gott. Was ich hier gerade hier mache? Nicht. Schade. Ja. Hm. Da muss ich noch eine Platte weg. War auch nicht. Das Problem ist. Achso. Ja. Ne. Alles gut. Wir müssen das mal leider etwas unschön machen. Aber. Leider keine andere Möglichkeit als das hier. Gerade. Scheiße. Das muss jetzt da dran. Also. Ja. Ich habe nur mit langern hier. Warte ich wird länger das. Schub. 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 Ja. Warte ich dich drunter. Mhm. Dann würde ich lieber so. Ich hab das Spahn. Direkt drauf? Ja. Nein. Will ich den glaube ich hier platzieren. Ja. Ja. Also direkt nicht. Ja. Achso. Es hat Fimmungen gefummelt. Grus. Ja. So. Der muss jetzt da rein. Okay. Warte. Der da rein. Stimmt wir können das ja auch Unterschiede machen. Und normalerweise wär der ja. Der wär eigentlich der der ja. Der wär eigentlich der der vorbei geht. Ja aber letztendlich ist das ja eigentlich egal. Ja, genau. Dadurch geht's auch genug, glaub ich. Muss hier oben anfangen. Da ist ja nix, oder? Ja, ich ne ducken durch. Erstmal hier oben platzieren. Puh, jetzt ist etwas... Ach, etch, was eng alles. Hm, das ist unwitzig. Den... Alter, what? Was ist denn da? Ja, guck mal. Das J2... Alter. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, er hat auch schon hier voll. Das ist genauso schlimm. Ja, ja, ich weiß. Was? Ich, ich nehm mich. Alter, ist das eng ausgemessen? Wait, wait. Ist das immer noch schief? Hä? Ich hab doch... Oh, komm. Jetzt wird's lächerlich sein. Wob ich würde anwalt. So. Ja, jetzt ist es drauf. Jetzt ist es auf jeden Fall gerade. Ich denk aber, vielleicht kann man hier nicht so mehr laufen, ne? Ja. Ist, äh, wirklich so, oder? Ja. Ist, äh, wirklich so, oder? Okay. Ja, lustig aus. Gut, dass es die Feature gibt, ey. Oh, ja. Ja. Nein, du nicht. Ich geh nicht mehr. Ich weiß, ich weiß. Es war unter dir schon. Alter. Drei Millimeter irgendwo weniger wär'n am Arsch gewesen, ne? Ja. Ah, passt nicht. Okay. Dann ist es da hin. Jo. Vielleicht kann es passt nicht. Du bist steil. Okay. Alter, hoch hier. Das ist ja ein Abenteuer. Oh, oh. Äh. Ich kann nicht noch durch. Dann scheiße ich noch gleich. Nee, ich kann nicht noch durch. Okay. Ne. Äh. Ja, du kannst da nicht ja raufschleiden. Doch hier. Hier geht's. Hier geht's. Egal. Nicht draus. Naja. 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 Ich würde auf jeden Fall gerne fortsetzen. So, warte mal. Wobei, man könnte das sogar bis hierhin bauen eigentlich, die... Ich würde auf jeden Fall die noch mitnehmen. So, auf jeden Fall. Mehr machen, keine Ahnung. Ja, ruhig komplett, würde ich tatsächlich sagen. Echt? Ja, okay, dann... Ja. Ist das noch gut aus oben? Ja. Ja, beziehungsweise den wegmachen... Oh ja, oder von hier aus dein Lift. Ja, von da aus dein Lift, ich würde auch sagen. Okay. Warte. Ist der Fließpatter in die richtige Richtung? Nein, ist es nicht. Abbauen. Stimmt. Auch hier unten, oder? Okay. Ähhhhhhhhh... Olga... Jetzt... Okay. … ... druga... Oh Gott, hier ist aber auch sehr knapp gemessen, mit den Zugschienen. Ah, der ist halt ein bisschen höher. Ich dachte gerade, was kommt denn da auf Zugschienen an? Ja, dieses komische Giraffenvieh, ne? Sieht nur ein bisschen komisch aus, aber naja. Wo weiter soll die kommen? Aber lieber nicht zu sehr, nicht, dass ich einfach aufkommen und sterbe. Ja, ich bin schon weggejagt. So, einfach unten durch. Mal öffnen da. Opening the door, please. Ich kann ja schon mal mich um meine kommen. Du hast wahrscheinlich kein Sprengzeug dabei, oder? Nein. Kannst du auch sprengen? Äh, nein, nein. Guck mal mit. Oh, Leute, hier ist Eisen. Ach guck, ja genau, ich hab doch gesagt, hier irgendwas muss auch Eisen sein. Ja, das ist Eisen. Oh, ist das Kriterium? Ich dachte hier will Kriterium. Oh Gott, Alter. Scheißvieh hier, Alter. Selbst gesehen. Boah, drehe ich mich um und steht direkt bei den Beinen. Das ist Kriterium, nur so ein Ding? Ja, ja. Weißt du das? Äh, ja, Eisen halt, aber ja. Ja, Eisen egal. Also, reicht das im Sinne von... Also... Das ist ein Eisen, eine Kriterium. Ja, wir brauchen mindestens 13.500 Eisen. Ja, Eisen reicht. Am besten, dass du so ein richtig schlechtes Eisen bekommst. Reicht das? Alter, Kriterium könnte tatsächlich reichen. Ja. Ah, nee, reicht nicht, glaub ich. Ich guck mal kurz nach, aber hier ist ein... Doch, nee. Ah, scheiße. Ich glaub, Kriterium reicht nicht, weil's ein... Äh, weil's ein normales ist. Ersthaft. Wer ist ein reines, wer ist, glaub ich, gegangen. Das, äh, sehr unlucky. Hä. Mal das. Halt. Hm. Hm. Perfekt? Ja, schon. Aaaaah, ah, pein... ein bisschen krater hey du es vor ja cool ach so ja mir fällt doch gerade auf ja das eisen ja das fertig wird das echt so machen ja ach so warum nehme ich nicht eigentlich das transportding hier gerade bestimmt krass wird umgefallen also vor als ob es tot wäre was ist das der strom muss errat nicht sagen erstmal ja auf beide können ob es funktioniert strom in den bannhöfen ja geil ich bringe es zu ach du bist einfach durch die mitte ziehen wir dann dazwischen den beiden bahn mach das dann krass ich mir ab ich habe null kabel ach ja da war ja was ich glaube schon äh 22 super ich kann mir herstellen alles gut wie war das ich habe vorhin noch gefragt was brauchen wir zu beiden habe ich eingefallen auch nichts was ist denn sind wir selber schuld ja du hast es vergessen er hat auch noch trat dabei 1400 also warum ja gut ich 500 reicht auch ja nice was ist denn das eigentlich ne ok ok äh so ja genau das habe ich deswegen auch gerade nach aber und platinen äh ich habe problem platinen bei mir ah ne ich habe nur 7 platinen dabei hm ne dann nicht da war kein turgotrat dabei scheiße also turgotrat äh ja ja äh wie gehst du denn mit den dinge lang hm äh ja ach so warte ja jetzt können wir ja vielleicht erst hier guck mal nicht so schreck hier rüber gehen erstmal vorsichtig den einstrom aus dem platz hier ist also dann quer hier rüber gehen oder so und dann und hier aus äh ok ja also warte da ja da so hin dass wir halt hier rüber können gerade oder so schräg ist hm dann hier ja quasi quer zu mir rüber dann hm das ist da ungefähr hier oder so mitte I don't know und dann halt dann darüber zu zu cauterium dann kann ich mir eventuell auch effekt hier abgreifen ja ich weiß noch nicht so ganz wie ich es jetzt zu cauterium bin aber schaff ich schon ja das ja das ja das ja das ja das ja das das und dann ja 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 ich Ich bin mal gespannt, wie es dann aussehen wird. Bitte. Das könnte interessant sein. Okay. Ja. Pliziert. Wir brauchen gar keinen Turbo-Trader für, die Stromasten. Ne, aber vielleicht wird er immer normaler, ne? Hm, automatisch pliziert er nur normaler. Ja. Ja. Die Maschinen arbeitet, oder? Ist das auch gut, oder? Hm, ja. 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 Passt. Wir müssen nur noch da hoch runter. Wenn wir nicht gemacht haben. Kannst ja platzierlich wechseln sie gegen Mk3 aus. Äh, Mk3 aus. Genau. Mk3 aus. Mk3 kannst du es auch gerne machen. Ne. Kein Problem. Wir müssen hier mit dich, ne? Alles so. Stimmt, dann... Wer auch davor. Willst du den bitte? Lass du den? Ja. Ja. Das ist uncool tatsächlich hier. Wir müssen so rüber. Oder? Das geht schon, das. Ich brauche nicht. Ja. Du musst eine Verbindung anschließen. Hä? Warum nicht? Warum nicht der Strom ist an? Was ist so? Ah, weil du ihn ausgewickelt hast. Der hat ihn nicht mehr gefunden. Ah. Ich weiß, egal. Das muss man direkt anschließen. Warum nicht mehr. Ja, so. Perfekt. Ich bin hier. Und hier auch noch. Hier. Okay. Ich meine, da wird schon einiges geschafft. Oh, in Worte. Ja. Nicht geschafft. So, damit die erste Kulie rauskommt. Ja. Ja. Ich meine, da wird schon einiges geschafft. Oh, in Worte. Ja. Und hier auch noch. Ja. 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 Und da. Ja. Und da. Ja. Cool. Hast du fünf nachgeschaut oder vier? Fünf. Okay. Okay. Oh, siehst du hier ein Liften? So geil aus. Riechst ja so hoch hinten wie runter. Das möchte ich mir mal anschauen. Uh. Ja. Mit Ehrheit war ich auch nicht so ganz, ob ich unterirdisch cooler fände oder überirdisch. Das war ich unterirdisch, logischerweise, weil es halt schon versteckt ist. Aber ganz ehrlich, mach das. Ja, bei andererseits. Schöne Alternative, wenn wir überirdisch brauchen, dann so. Ja. Sofern wir halt die Möglichkeit, das wir so haben. Aber, ja. Cool. Nice. Nice. Gut. Äh. Ja, wollen wir dann erstmal beenden oder? Patch auch vorgeschlagen. Ja. Das ist doch ein... Ne, das ist doch ein schöner Abschluss. Weil, ich sag mal, das ist exakt fertig, das Ding hier. Also, wir können es auch verschönern. Ich wäre dafür, dass wir... Das ist doch alles. Deswegen gehen wir mal von Weitern anschauen. Mal gucken, wie es mit der Platte auch aussieht. Weil, wenn das scheiße aussieht, das ist vielleicht noch ein bisschen schöner und abrunden oder so mit ein paar Schrägen oder irgendwas. Weil es machbar ist halt. Zum größten Teil ist es nicht machbar. Ja. Aber... Falls irgendwie es möglich ist, das dann... Und nötig, dann ja. Ansonsten, ne. Mal gucken. Mal gucken. Weil es hier schon ein bisschen dumm war. Zurück reicht's. Ja. Aber nicht mal dann, äh... Ne, ne. Mal quatsch. Weil damit schon die Schienen hingelegt. Schon noch gerne abschließen von der Ecke dann. Ja, weil... Ja, weil... Du weißt, es ist... Eisen. Eisten. 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 Ja, also. Ja, 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 echt. Ja, okay, dann gehen wir das unten. Nur meinetwegen. Ja. Ah, schön. Das sieht doch eigentlich nur aus an. Auch da an anderen Seiten. Hm. Ja, okay. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, wie der Weg hochgeht. Ja, ich brauche schon, wenn wir den zum ersten Mal automatisch fahren. Oder generell zum ersten Mal fahren. Mhm. Cool. Auf die Kohle hier hochgehen, da so durch diese mini enge Ecke da durch. Gut, okay. Ja, dann war's das für diesen Stream gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Stream von Divisional Space. Ciao.